Oh Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Life is Strange. Im letzten Part sind wir bei Nacht in die Schule eingebrochen, denn Chloe hat sich den Schlüssel von ihrem Stiefvater besorgt. Und wir wühlen ein bisschen im Büro des Direktors herum, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir hier finden können. Schauen wir mal, was wir hier im Büro des Direktors haben? Joa, das waren jetzt nur ein paar Akten. Doch, das sind nur Akten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schibbernd. Noch mehr Akten? Wow, wow, wow. Lass mich raten, noch mehr Akten. Krass, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Hier. Wir müssen einen anderen Weg in finden. Ich weiß, ich habe genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY-Lockpick-Tools während du mit einem besseren Plan hast. Mein Plan hat eine Name. Hey, Warren, bist du busy? Just Bubblehearth, du bist okay. Listen, ich brauche Ihre Physik-Expertise-Stat. Without naming names, wenn jemand zu den Art und Scienceen-Labs und wollte zu konstruieren, das würde, sagen wir, öffnen eine Locked-Door, würde ich vielleicht auch nicht wissen, wie? Huh? No, ich bin nur für Spaß. Danke, Science Guy. Nein, 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 nein. Stay. Wir brauchen Sie als Backup. Just senden Sie die Text-Instruktionen jetzt. Ja, ich bin noch alles in zu gehen mit Ihnen an der Drive-In. Danke für die Hoffnung. Na, dann sagen wir mal mal. Ähm, Moment. 807. Du musst folgende vier Objekte finden. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natriumchlorat. So machst du es. Zucker, wie auch immer. Hm, hm. Wie auch immer, wie auch immer. Fragen, Natriumchlor, was? Sein Puder zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Probierst du es tatsächlich aus? Probieren, das ist das richtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen. Und wo finde ich das jetzt alles? Warren, das ist so klassische Nerd. Let's see if I can find those Items. Ich probiere es erst mal im Wissenschaftszimmer wieder, wa? Komm mal hier. Hätte ja sein können, dass wir hier was finden. Was Spannendes. Nein, wir waren hier, John, haben Fotos gemacht, aber gut. Ich liebe diesen formellen Schmuck. Und A-? Okay, okay. Also Dr. Max hat Warren diese Morgen geholfen. Da konnten wir tatsächlich ein bisschen helfen. Wir werden hier auch bestimmt irgendwelche Chemikalien finden, die wir gebrauchen können, oder? Bloß wo? Shit hier. Was steht denn hier? Max takes shitty selfies. Was soll das? Was soll denn das? Schon wieder? Wo finden wir hier? Wo darf ich überhaupt ran? Da darf ich ran. Du bist ein Artist, dammit. Nicht ein Wissenschaft. Aber das ist so nicht Sodiumchlorate. Hm. Schade. Schade Marmelade. Find ich denn das Zeug? Haha. Wenn ich hier im Chemielabor bin ich hier. Wo dann? Sag das mir. Sag das mir gerne. Haben wir schon gemacht. Das brauchen wir nicht machen. Hör. Keine Ahnung. Hier ist nichts drin. Heu noch. Ich will es mir die SMS angucken. Warren, wo bist du? Da bist du. Große Limo, Klebeband, Natrium, Chlorat. Was im Kunstzimmer? Wir schauen mal. Wir schauen mal hier ins Kunstzimmer. Klebeband oder so werden wir auch bestimmt. Schauen wir uns die mal an. Oh Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Ja. Oh, das sind jetzt nicht alles, ne? I feel gross even looking at Nathans work. But he does have some style. Ja, schon. Aber jetzt nicht, was ich mir in die Wohnung hängen würde. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Definitiv. Hallo. Hallo. Klar. Ist schon sehr spannender. Klebeband haben wir schon mal. The tape is mine. Wunderbar. Einmal eine Sache. Okay, ich denke mal Zucker und den Rest finden wir hier nicht. Sogar Natrium finden wir hier garantiert nicht. Wir haben mal eine Dose. Ist schon mal viel wert. Oh hey. Noch da. Hast du dich in die Luft gesprengt? Max? Noch hier. Nicht in die Luft geflohen. Ich muss mich konzentrieren. Merde mich später. Alles klar. Wo finde ich das Natrium Zeugs? Wenn ich hier oder Zucker zumindest in der Küche irgendwo ne eigentlich nicht Wissenschaftsbuch So sodium chlorate is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Hmm. Kein Unkraut finde ich da haben wir den hier drin. Haben wir den hier drin? Da oben haben wir ihn. Hier ist die Sodium Chloride Box Komm ich da ran ohne dass es runter fällt. Besser ist es. Besser ist es. Gut. Gut mitgedacht Max. So und wo finde ich Zucker? Zucker war es. Was wir noch brauchen. Zucker. Wo kriege ich Zucker her? Zucker Zucker. Zucker Zucker. Ach doch. Vorne. Auf dem Tisch. Wo kriege ich es nur her? Keine Ahnung. Kann ich das jetzt muss ich das jetzt hier irgendwie zusammenbasteln oder muss ich es da vor der Tür machen? Wahrscheinlich vor der Tür einfach. Wahrscheinlich vor der Tür einfach. Na gut. Dann let's go. Let's go zurück zu Chloe. Du 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 duu. Let's go. Take it. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Time to blow shit up. Oh ja. Fällt doch gar nicht auf. The candle. This is so cool. Get ready to haul ass. That was so fucking cool. Oh we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay fire and police department. Uh. So what should we do? Hm. Schnell rein oder? Zeit zurück spulen. Keine Ahnung. Einfach mal die Zeit zurück weil am Ende des Tages bringt uns ja nichts wenn wir hier Ja guck mal ich bin drin und kann es entsperren. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. You are magic. I have no clue how the hell you got in there but you did it sister. The company I keep. Now let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man I can see why the principal locks this room up. Fancy full art crap. He must want everybody to know he has money but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes if only the principal had a Monet or Picasso you'd still be a black woe. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay. 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 Okay sure it's ugly but damn is it a cozy chair. Entspannend. One moment please. Wir machen erst mal ein Foto hier. Bitte ja. Chloe. Say hello to my little friend. Say good night. To the bad guy. Ein Foto muss schon sein. Freunde. So gucken wir mal kurz was Robin geschrieben hat. Hast du das Schloss gesprengt? Oh bitte ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Wundervoll. Wieder ein paar neue Seiten hier. Ich weiß jetzt gerade nicht welche Seite wir waren. Ich mache einfach mal ab 40. Lest es euch durch. Lasst es bleiben. Mir wurscht. Mir wurscht was er macht. Aber wir haben auf jeden Fall das nächste Foto. So. Genau. Wir sehen noch fünf. Aber die kommen ja später. Die kommen ja später. Wir durchsuchen jetzt erstmal. Was? Achso. War dann besaufen. Hmhm. Alles sehr unspektakulär. Aber mal am Bad machen. This pretty much sums up Kate shy and sweet and in the wrong place. Boah. Puh. Ne das lesen wir jetzt nicht. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video das angeblich Kate Marsch auf einer Party Sportex Club zeigt und ohne ihr Wissen oder ein paar Stellen das sind sind dann das hochgeladen wurde. Ja ich habe jetzt meinen anderen Abschnitt kurz gelesen. aber immer haben wir das schon mal ne. Das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. die Arbeit mit der Ober Obdachlosen Stiftung von Arcadia Bay eingeschlossen das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy vor Ort. Mason ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant in Blackwells. Schülerninformation Maxine Koff für die Durchschnitt 2,8 Zusammenfassung Max wie sie es vorzieht genannt zu werden ist eine ruhige aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz obwohl einige beschweren sie als nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder wollen gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen andere weniger aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schülern nicht spezifisch. Aktualisierung trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das allerbeste der Blackwell Academy in dem sie mit Schülern Kate Marsh vom Sprung ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulintern Untersuchung statt aber Max Heldentum ist unbeschritten. Blackwells Vomit Denn Max Note scheint ja schlechter zu sein als Victorias halt und irgendwie der Durchschnitt ist irgendwie ganz merkwürdig ist 4 das Beste in dem Sinne Schlimmformation Warren Graham Durchschnitt 4,9 Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk je nach Lehrer Manche beschuldigen ihn wissenschaftlich Streiche zu spielen aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrer Mrs. Grant nicht bestätigt werden Wir von Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und stört weiter auf eine strahlende Zukunft zu Schön und gut Die hatten wir ja schon mal So Rachel tun wir noch Wie würdest du sein? Lest es euch selber durch ne Unglicherweise ist Rachel im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder den Lehrerschaften aufgenommen Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Umklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann und Zusammenfassung Rachel ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model Es gibt keinen Zweifel dass sie all ihre Träume in Blackwells als Angepunkt verwirklichen wird Charakterwells Dies ist laut Dies ist Beutnant Chris Rossi weil sie wissen lassen dass die Ermittlungen im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis aber wieder einmal bewahrt Acadia Bay ein Geheimnis Wir hätten Augen und Ohren weiterhin offen aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun Danke für Ihre Hilfe Beutnant Chris Rossi Polizei von Acadia Bay Schillerinformation Chloe Elizabeth Price Durchschnitt 1,7 Zusammenfassung Chloe Price ist ein Problemschüler in Blackwells trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung sie akademisch zu leiten Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten die gegen andere Schüler gerichtet waren Sie wurde vor kurzem für die Verunschaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potential ist verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells die Polizei bericht im Anhang Schülerin Ja-Hoo na Ich denke ich denke wir haben alles in hier ich sollte gehen mit Chloe jetzt Ich denke ich bin Räumen mit dir Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Let's just get lean Chloe better. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but... I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. It could help, but that's wrong. So come. So who gave the other answer here, is he just trying to figure out what's going on or is he a psychopath? No. I don't know. Why should I have the other answer here? That's absolutely unantwortlich. And it would also fall off. And the debt would fall off immediately. And the debt would fall on the back. And the debt would fall on the back. The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank. So if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fund for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good, bad influence on you. We're in the Otter's Lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Let's go. Boys or girls? Girls, of course. Girls? Oh la la. Let me check to see if the pool is heated. Na, da will ich nicht rein. Moment, wo ist die? Was die Mädels umkleide? Look, schließfach nur Socke. Mhm. Where does that other sock go? Hmm. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Man sollte es ja eigentlich lassen, ne? Man sollte es ja eigentlich lassen. Eigentlich sollten wir Warren ein bisschen auch Abstand halten und halt das dann mit Brooke machen kann. Oder er ist ein B-Bomb, hm? Hm. Maybe. Das wissen wir nicht so ganz, was? Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Na ja. Geizzo. Geizzo muss is, ah... Ist jetzt nicht das, was ich jetzt wahnsinnig toll finde. Aber gut. Äh... Sollen wir einfach mal... hinterher oder hier duschen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ach ja, guck mal. Hier wartet Chloe. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Na gut. Suchen wir mal das Licht. Und wo hier wird's da sein, ne? Irgendwo hier wird's sein. Gut, in den duschen wohl eher weniger. Mal ganz... Max Caulfield. Moral Avenger. Or self-righteous hypocrite. Ja, hier finden wir auf jeden Fall nicht, äh... das Licht. Gucken wir mal, wo wir's finden. Vielleicht, ne, auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Irgendwo wird's schon sein, ne? Einmal komplett hier rum. Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Decisions, decisions. Zähntern, oder wat? Hm. Nee. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir ändern hier keine Namen, oder wie auch immer. Ich mein, wir können Victoria einfach rauswerfen, aber... Äh. Vielleicht dann eher Nathan wahrscheinlich... Rausschmeißen würde von dem Ding. Hier wird's wahrscheinlich sein, oder? Ja, hier ist er doch. Hier ist er doch. Stell dich doch nicht so an, Max. Stell dich nicht so an. So, Chloe ist schon mal vorgegangen. Schöne Sache. Let's go. Hallo? Könnt ihr ganz gerne an den Pool? Oh so. Ja, wir beobachten erst mal. Woher komme ich denn hier rein? Oh, ja, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Let's-a-go! Why look, an otter in my water. Dun 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 dun. Du bist so obvious. Und ich bin immer noch so freaked out von dem Film, also stop. Ich kann nicht mehr auf jeden von diesen Sharks-shows gucken. Ich bin nur noch so. Ich bin nur noch so. Ich bin nur noch so. Otter's Revenge. Cheater. Ja, du wirst nicht wissen, was das. Ich wünsche Rachel hier. Sie würde totalen lieben hier sein. Ich wünsche euch alle anderen. Wir werden. Mit all dieser Dinge, ich glaube, dass alles berholt wird. Und ich möchte wissen, dass es für Kate geht. Sie hat fast sterben heute Morgen. Du wirst alles verändern, Max. Especially du. Ich kann schon sagen, du bist nicht so schickenshit. Danke, Frau. Du wirst du, was ich sagen. Du bist wie diese Kraft der Natur. Wie die Glück der Natur. Hm. Danke. Not so. But that's because you were there to kick start my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me you would have been to the back end of I've never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell Bros all over you. Like Warren. Soll ich mit Igitt antworten? Ich weiß ja, was hier passieren kann, aber... Ich weiß ja, was hier passiert. Wenn du dich übernimmst, wirst du die Welt schiefst. As long as du da mit mir bist. Nicht so schiefst. Ich werde dich nie nie verlassen. Jetzt bin ich kohlen hier. Weil wir yappen, instead of attacking uns. Autor vs. Shark-style. Ich glaube, ich hab meine Pool-experience für den Jahr. Wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Kroh. Ich bin in Chlorien Bay. Du bist schön, mit deinem Haar-soakten in Chemikalien. Danke. Du wirst es wissen. Schau! Gut, aber das soll jetzt erstmal für den Part gewesen sein. Ich mache ja mal Pause, weil ich nicht weiß, wie das zeitlich jetzt ist, ob ich dann eine gewisse Zeit habe, um zu reagieren. Schade, wir haben es ja nicht geschafft, dass sich Chloe und Max im Pool küssen. Das kann passieren. Ich weiß aber nicht, ob man dann zu Rowan halt gemein sein muss oder halt nicht so viel auf Rowan eingehen soll. Und ob man dann Igitt antworten muss. Ich glaube dann kann es passieren, dass sich Max und Chloe küssen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was dafür notwendig ist. Das haben wir leider nicht erreicht, aber ist auch nicht so dramatisch. Ähm. Gut, aber das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es so ist, gibt es gerne einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Tschüssikowski, euer FlasTV. Bye Bye. Bye Bye.